herzlich willkommen zu einem neuen video und heute spielen wir mal wieder carcrusher 2 und ja ich habe nichts aufgenommen 14 16 uhr ich hatte aber heute einen schulstart und um 18 uhr kommt das video also heute nur eins dafür bei den nächsten tagen hoffentlich wenn das funktioniert früher also natürlich nämlich heute alles auf einmal auf die schwarze natürlich wir sind mit schulbus ich würde sagen wir passen an wo ich hab das schon so lange nicht mehr gespielt am körper genau so mein gott und samt sind glaube aus ich hab das in safe house die truck collision das lasernetz die magneten die mühlen zu sagen das ist doch nicht neu die säure kann man ok na guck mal gucken oh 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 oh. Oh nein. Oh oh. Wie hoch hieß denn das? Ok, nächstes Fahrzeug haben wir freigeschaltet. Nein! 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 Oh Gott! Oh. Ok, ich bin auch gemischt worden. Oh, wir bekommen noch Geld. Komm, schaffen wir 28? Ne. Uh. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ok. Gut. Dann nehmen wir wieder Platin. So, die Vulkangrube, das ist nice. Und das kennen wir eh schon aus den letzten Episoden. Ok, wir brauchen 100.000. 100.000 für die nächste Fahrzeugung. Ok, nächstes Auto haben wir freigeschaltet. Und noch eins. Wow. So knapp. Ok, da brauchen wir jetzt nichts dran packen. Die Abristen. Wir haben aber damit der Fels gehört. Ok. So, also ich glaub, so viele Folgen von Crackcrushen werden eigentlich nicht kommen, weil wir noch vier Tokens haben und alle Fahrzeuge werden sehr selten neue Folgen kommen, weil Updates kommen schon welche aber nicht so oft. So. Gut, wir haben Ambulanz. Wie sieht denn das bitte aus? Ok. Oha, das sieht sogar voll aus. Oh, hier ist wieder ein Panzer. Ne, kein Bock. Der Friere. Was gibt's hier so? Sollencrusher. Oh, die Laser. Ah. Au. Alter. Ja, ok. Also. So. 3,53. Ok. Und das ist ein neues Auto. So. Gut, da bin ich gespannt. Wow. Das sollte eigentlich ein Elektroauto sein, aber egal. Wo ist denn der Speedtest? Das würde ich mit dem Auto gerne. Ah, hier. Let's go. Und zwar, oh, hey, wir haben sie gleich. Oh nein. Die Taste. Ah, jetzt geht's wieder. Ok, was gibt's denn hier so? So. Verstere das Chevrolet aus. Ok. Und das gibt's noch. Äh, MP. Tag 3. Uh. Ah, genau. Ah, nein. As. So, was gibt's denn hier nur? Die bewegende Segen hier. Das hört sich nun zu. Oh, oh, ach. Ah, oh, oh, nein! Das Mustersegen ist nur alles. Ok. Okay. Ach ja, stimmt. Das habe ich ja voll vergessen. Wir haben hier was ganz besonderes. Abpacken. Komm, schaffen wir es. So knapp. Okay. Wo fangen wir dann an? 1,75. Gut, beim Ferrari glaube ich. FK. Wenn die Namen schon, also die Zahlen vertauschen, dann habe ich gar keinen Namen. Mann, was? Ich, eh, eh, nicht. So verpackt manchmal. Der Schreiber. Die Zukunft ist immer okay. Ähm, der Schreiber. Nehmen wir den großen Spinner. Oh mein Gott. Oh, oh. Nein. Lass mich rein. Oh. Okay, viel bleibt hier jetzt nicht übrig. Hier kommen die ganzen Einzelteile. Oh, nächstes Auto wieder. Hier brennt jetzt noch alles schön. Gut, das war's. Ne, das können wir auch noch nicht. Das ist auch noch immer zu schlecht. Ähm. Ähm. Der Mauerschmetterer. Das ist schon mehr anspruchsvoller. So. Gehen wir hier hoch. Krusher erweitern. Okay, wir wollen das auch erweitern. Oh, nächstes Fahrzeug. Noch mal zurück. Und dann noch mal dran crashen. Und noch mal. Boah, das hat sogar... Gut, jetzt war's aber, weil das ist komplett zugegangen. Gut, Ferrari. Körper. Platin. Warum? Ach. Okay, ein bisschen verpackte Sachen, aber... Na gut, so stört uns das jetzt nicht, aber... Nehmen wir mal die Truck-Polision. Oh mein Gott. Ich bin das perfekt in der Mitte steht. Oh, die hat ja über eine Million Stücke schon. Gut. Starten wir mal. Pff. Hohoho. Okay. Es hat zwei Autos mitgefetzt. Äh. Zwei neue Autos freigeschalten und das Auto komplett zerfetzt. Das meinte ich. Das ist immer im Auto auch so. Das ist schon ein bisschen da. Uh, der Felsblock-Drop. Oha, das mit der Musikbox. Oha, das ist jetzt so geil. Da runterfallen lassen. Okay, wir haben wenigstens das nächste Fahrzeug freigeschalten. Mercedes. Oder... Keine Ahnung, was das für ein Logo ist. Auf jeden Fall nicht Mercedes Logo, aber... Das könnte Mercedes hinkommen. Hab keine Ahnung. In diesem Game. Das... Nee. Vulkan drüber. Uh. Oh, nächstes Fahrzeug. Busarket. Okay. Teile. Ja gut. Teile. Ja. Wird das länger brauchen. Gut. Gut. Kat Yusha. Okay. Komischer Name. Du hast 6,7 Millionen. Okay. Die bewegende Segelung. Alter. Oh mein Gott. Wartet mal. Lasst mal. Oh mein Gott. Das Auto. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Das Auto. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ahaha. Na Moment. Da will ich nicht rein. Das haben Raketen. Oh oh. Das bedeutet nichts Gutes. Oh oh. Die Raketen gehen. Ich bin definitiv noch nicht da. Oh oh. Explosionen? Nee? Okay. wir sparen aber bis zur blocks cola das ist also die vulkan grube gibt es natürlich am ersten also gehen wir hier rein weil das komplett alles 71 das ist dann auch schon das nächste gut eigentlich sind auch schon sehr weit wenn man 100 mit wenn man 100 million haben oder ein bisschen weniger dann hören wir auch um mein gott was ist das auch so der neon ich dachte gerade wann ist der monstertrack so hell das wäre aber geil wenn man die raketen abschließen 76 million hat der gekostet das wäre alles wenn man noch so viel bekommen so mein gott let's go zum abschluss in die vulkan rüber wo das wird so nice rein da gut der rest vom anhänger fackelt noch nicht ab doch jetzt schaffen wir das fahrzeug okay 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 Okay. Okay. So, bin wieder da und dann sehen wir uns in der nächsten Episode und lass doch mal einen Like da und Abo da. Bis dahin, tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.